Klar, da darf man gesparen sein. Der Parkplatz kostet nur 6 Euro. Jetzt haben wir 6 Euro gespart. Vorsicht, hier auf der Straße. Klar, der Eurosat wurde auch schon erbaut. 1989. Was? Der Eurosat. Erbaut 1989. Der Europapark? Nein, der Eurosat. Ah, der Eurosat? Ja, der ist schon alt. Der wird jetzt umgebaut. Ja, bzw. neue Schienen und so. Okay. Aber so wie ich das sehen konnte, bleibt die Silberkugel und der Schreckenverlauf soll möglichst gleich bleiben. Okay. Verstehe. Westerabend im Silberlake Saloon. Da sind wir schon am Eingang. Bei so 10 Minuten Fußweg ging ja noch. Wir sind noch nicht ganz da. Noch nicht ganz. Aber passt. Ja. Aber passt. Ja. Und wenn man das hat. Ja. inimige Sprecher. Ja. Ja. Und so machen Sie die Zitano.